So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich war sehr fleißig, muss ich sagen, ich habe die ganze Nacht durchgemacht, ich habe noch 3, 4 Videos geschnitten, ich habe noch 2 Streams auf dem NAR Battle Kanal gemacht, der Hannes hat es gesehen, 4 Uhr einen Stream gestartet, 5 Uhr einen Stream gestartet, alles, dann fix ein bisschen ausgeruht, weitergemacht, noch eine Challenge aufgenommen, sonst was hin und her, also Ja, wenn man keinen Stress hat, macht man ihn sich selber, aber für manche ist Stress einfach gut, genau wie für mich und viele sind ja sowieso immer schon überfordert mit den ganzen Events bei Pokémon GO und dass immer zu was anderes kommt, man hat gar keine Ruhe hin und her, findet ihr das zu viel oder sagt ihr, genau das brauchen wir, viele sagen ja, bah, Pokémon GO ist voll langweilig, da passiert ja gar nichts mehr Und dann ist jede Woche ein anderes Event und die Leute drehen durch, ah, wir brauchen eine Pause, das ist zu viel, also Niantic, Niantic, aber man muss ja nicht alles spielen, man muss ja nicht alles haben Wie immer, wenn der Monat zu Ende geht, kommt der Eventplaner für den nächsten Monat raus, ja, für Januar wussten wir ja alles Die Rampenlichtstunden Die Rampenlichtstunden, die Raid-Bosse, den Feldforschungsdurchbruch, der Adi lenkt mich ab Und das Ganze gibt es auch für Februar, das wollen wir uns gleich angucken Zusätzlich natürlich auch dieses neue Rocket-Event, was angekündigt wurde Aber ist das wirklich so krass? Die meisten freuen sich ja eigentlich immer nur auf das Rocket-Event, weil sie dann eben Frustration verlernen können Bisher ist nichts davon bekannt, aber jetzt erstmal der Reihenfolge nach, um was geht es denn überhaupt, ja Der neue Feldforschungsdurchbruch Wir haben jetzt hier den 28.01. Im Februar gibt es natürlich wieder einen neuen Feldforschungsdurchbruch Aktuell ist Was ist überhaupt gerade drin? Schanera? Ich weiß es gar nicht Ich müsste meinen mal abholen, den habe ich schon so lange nicht abgeholt, egal Ich glaube, Schanera ist drin gewesen, jetzt im Januar Ab Februar gibt es Relaxo Und eigentlich macht mich das traurig, weil wir wissen ja alle, am 20. Februar ist der Kando-Tag Wo dann auch Shiny Relaxo released wird Wäre es dann nicht schöner gewesen? Man hätte Relaxo zum Beispiel in den März Durchbruch gepackt, dass das schon als Shiny im Spiel ist Und man also auch durch den Forschungsdurchbruch die Möglichkeit auf Shiny Relaxo hat Was ihr jetzt den ganzen Februar bekommen könnt Ist also wahrscheinlich Ein normales Relaxo, was nicht Shiny sein kann Für mich also Etwas unüberlegt, so, keine Ahnung Schanera haben sie auch reingepackt und gab es als Shiny Dass Leute gesagt haben, yeah, Schanera Habe ich noch nicht Shiny brauche ich auch noch Relaxo Wäre halt als Shiny Möglichkeit natürlich nochmal ansprechender gewesen Aber egal, wie findet ihr Relaxo im Feld Forschungsdurchbruch? Ist das cool? Ist das nicht cool? Habt ihr schon ein Relaxo? Braucht ihr noch ein Relaxo? Damals immer aus den 10 Kilometer-Eiern gebrütet Man hat sich gefreut wie sonst was Heutzutage sagt man Ach, Relaxo, naja Da brauche ich ja keine Stemmel mehr machen und abholen Was jetzt aber für viele interessanter ist Die wechselnden legendären Raid-Bosse im Februar Wer ein bisschen über den Tellerrand schaut Für Ende Januar wurde ja eine Überraschung angekündigt Ein rückkehrendes Pokémon Alle haben gedacht Ein Pokémon kehrt zurück Was kann das sein? Und was war es? Es waren die drei von der Tankstelle Also Entei, Raikou und Suikun Jetzt hat das natürlich Weil die ja nacheinander kommen Ist es nicht so, dass Februar Man Null Ahnung hatte Sondern der Februar wird ja erstmal wieder eingeleitet Von den restlichen zwei, die übrig geblieben sind Vom Januar Weil nur eins Ende Januar Kommt und die anderen zwei schon in Februar rein Aber viele Leute fragen natürlich Hä, was kommt jetzt denn nach Entei? Na die anderen zwei eben Was ihr hier auch seht Am 31.01. Es wechselt wieder am Dienstag Ich weiß nicht, wieso sie das Jetzt auf Dienstag immer gelegt haben Dienstag 10 Uhr Da können die ersten Eier von denen erscheinen Und die können um 11 Uhr als erstes aufgehen Also es ist erst ab Dienstag 11 Uhr möglich Bei uns hier die neuen Raid-Bosse zu raiden Viele schreiben dann nämlich immer in den Raid-Gruppen 10.30 Uhr Raikou Und dann geht das auf Und dann Hä, wieso ist denn das noch Entei? Nee, verstehe ich nicht Ja, weil die Eier Die eben erst nach 10 erscheinen Und erst um 11 Uhr aufgehen Können dann den neuen Boss beinhalten Das nur nochmal als kleine Info dazu Entei wie gesagt Brauche ich jetzt nicht Die Raid-Stunde war eh verkackt Es gab so heftige Server-Probleme Aber wenn Raikou kommt Da hätte ich gern einfach einen Hunderter noch Entei habe ich einen Hunderter Raikou finde ich persönlich am nützlichsten Von den drei Pokémon Raikou könnt ihr auch dann Gegen Soikun nehmen Was danach kommt Deswegen Raikou Vom 31.01. bis 4.02. Auch als Shiny natürlich War ja schon mal da Auch als Shiny Dann 4.02. bis 9.02. Soikun Es wird also am 31.01. Das ist ja ein Sonntag Direkt um 11 Uhr Mit einer Raikou Raids Für Zuschauer-Folge Losgehen Wer da dabei sein möchte Ich glaube der Andrang wird heftig Dann am 9.02. Jetzt Das ist neu Davon wusste noch keiner was 9.02. bis 20.02. Latias und Latios kommen zurück Beide gibt es als Shiny Beide waren schon öfters da Beide hatten auch ihren Raid Day Genauso wie die drei Raubkatzen Die hatten auch ihren Raid Day Wer da kein Glück hatte Kann jetzt zuschlagen Ich hab eigentlich Ich hab 98er hochgezogen von jedem Hab Glücks-Shinys Hab Shinys Hab gute IV Ein 100er würde natürlich noch fehlen Bei beiden Aber Ich find's schön Egal was jetzt zurückkommt Wir können es mal In die Raid Mania mit reinpacken Und Latias und Latios War noch nicht in der Raid Mania Weil die ja beide gleichzeitig da sind Wird's in der Raid Mania dann wieder spannend Für was ladet ihr ein Welcher kommt dran Haben wir vielleicht nur Latias Einladungen Ist das gleichmäßig? Überwiegt eins? Wir wissen's nicht Ich bin da Hab mich bei Groudon und Kyogre ja gefreut Gleichzeitig Wer lädt ein Für was? Was kommt dran? Hin und her Jetzt haben wir wieder nur genau eins drin Aber dann ab dem Neunten Zweiten Das ist ja gar nicht Das ist immer noch am Anfang Ab dem Neunten Zweiten Also Latias und Latios Wenn ihr die schon habt Schreibt's mal rein Wenn ihr die noch braucht Schreibt's mal rein Bis zum Zwanzigsten Ist auf jeden Fall ein längerer Zeitraum Zwanzigster Zweiter Bis erster Dritter Steht jetzt hier Arktos Lavados Zapdos Mewtwo Wir wissen ja am Zwanzigsten Zweiten Ist der Kandotag Es war bekannt Mewtwo An dem Tag Und die drei legendären Vögel Die drei legendären Vögel Waren ja jetzt auch schon so oft da Hatten auch ihre Raid Days Gab's als Shiny Alles mögliche Wir haben die auch schon In der Raid Mania abgefertigt Mewtwo Haben wir noch keine Raid Stunde gehabt Noch keine Raid Mania Also hier auf dem Kanal Haben wir noch nicht gemacht Wäre auf jeden Fall heftig Aber erster Dritter Ich weiß gar nicht Erster Dritter Erster Dritter Ja da ist auf jeden Fall Eine Raid Mania drin Glaube ich Was mich nur irritiert Hier steht Arktos Lavados Zapdos Und Mewtwo In dem anderen Artikel Von der anderen Seite Ich glaube bei Go Games Oder Wie auch immer Standen nur drin Dass 20.2. bis 1.3. Arktos Lavados Zapdos kommen. Ja, was denn nun? Jetzt könnte man denken, an dem Kando-Tag gibt es Mewtwo und die drei Vögel, aber Mewtwo eben nur an diesem einen Tag und die drei Vögel bleiben dann aber noch Ende Februar drin und verlängern das noch. Und dass jetzt derjenige, der hier den Artikel gemacht hat, sich gedacht hat, naja, wenn die drei Vögel bleiben, dann bleibt Mewtwo bestimmt auch. Und hat Mewtwo einfach dazu geschrieben. Oder wollte ich mir sagen, es steht fest, aber in dem anderen Artikel, die andere Firma hat Mewtwo einfach vergessen? Das ist so wichtig, das vergisst man noch nicht dazu zu schreiben. Außer, man weiß, dass Mewtwo nur am 20. kommt und die Vögel eben noch bleiben. Und hier, sie davon ausgegangen sind, wenn die Vögel bleiben, dann bleibt Mewtwo auch. Also für mich klingt das logischer, dass Mewtwo vielleicht trotzdem nur diesen einen Tag da ist, dann weg ist und nur die Vögel bleiben. Was denkt ihr? Schreibt ihr mal eure Meinung dazu? Es wäre auf jeden Fall heftig, wenn Mewtwo die ganze Woche noch bleibt, dass man da ewig Zeit hat. Ich habe eh gedacht, wie machen wir das? Wie machen wir das? Thomas dreht schon durch, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich muss raus, ich muss Mewtwo. Rates für Zuschauer fällt ins Wasser, alles, jeder muss nach sich gucken. Wenn das jetzt natürlich länger da ist, würde es sicherlich auch mal hinhauen, da Rates für Zuschauer zu machen für, ja. Ansonsten, ja, auf was freue ich mich? Ich freue mich auf jeden Fall immer noch auf Raikou Hunderter und halt Mewtwo Hunderter zu bekommen. Das wären meine zwei Ziele. Alles andere, so Ikun, Latias, Latios oder so, oder die Vögel, ist jetzt gar nicht mal so notwendig, ja. Zappdos als Hunderter vielleicht auch, weil es wieder das Gelbe ist, weil es wieder das Elektro-Biest ist. Aber am meisten freue ich mich, wie gesagt, auf Raikou und Mewtwo. Rampenlichtstunden. Ihr wisst momentan läuft das Event. Mit der Johto-Region, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, alle wollen Shiny Miltank. Heute Abend wollen wir äh... Rates für Zuschauer machen mit Shiny Miltank, deswegen ist das auch hier das Hintergrundbild. Jetzt wurden aber die Rampenlichtstunden angekündigt, für den Februar. Wir haben angefangen, wir haben Rettan. Rettan kann Shiny sein, okay. Ist aber an sich ein nutzloses Pokémon. Doppelte Entwicklungs-EP. Hm. Finde ich jetzt nicht so krass. Am 9. Februar Miltank. Und doppelter Fangsternen-Staub. Für mich sowieso immer der beste Bonus. Miltank lässt sich aber an sich trotzdem gar nicht mal so leicht fangen. Ist ja ein einzelnes Pokémon. Hat keine Weiterentwicklungen. Ist deswegen an sich so schon stark. Beim Fang meistens heftigen Kreis, heftige WP. Wenn ihr da mit dem Klicker arbeitet, im Endeffekt flieht euch einfach 90% aller Miltank. Auf der anderen Seite Miltank sehr cool. In der Rampenlichtstunde, jetzt wo es frisch als Shiny da ist, da alles voll mit Miltank sitzen zu haben. Ein cooler Bonus, die Chance auf das Shiny davon und einfach mal ein richtig seltenes cooles Pokémon. Rettan überall? Naja. Miltank überall? Richtig genial. Deswegen weiß ich jetzt schon. 9. Februar. Für mich Miltank mit doppelt Fangsternen-Staub. Ist meine Favoriten-Rampenlichtstunde. 16. Februar. Libiskus und doppelte Fang-EP. Ihr wisst, Valentinstag ab 14. Valentinsevent ab 14. und so weiter. Libiskus, dieser kleine, süße Herzfisch, sieht als Shiny auf jeden Fall richtig genial aus. Gibt's auch als Shiny. Ist aber meiner Meinung nach immer noch verdammt selten als Shiny. Vielleicht ändert die Rampenlichtstunde was und ihr könnt euch diesen kleinen, süßen, gelben Fisch angeln. Ah, angeln, ey. Das war jetzt genial. Aber 23. Februar Pikachu mit doppelt Fang-Bonbons habe ich irgendwas verpasst. Gibt's ja schon wieder ein neues Hut-Pikachu, was dann da reingestellt wird. Oder wollt ihr mir wirklich sagen, ihr packt jetzt das stinknormale Pikachu in die Rampenlichtstunde. Es gibt's ja nicht schon sowieso bei fast jedem Event mit irgendeiner Mütze erhöht, sodass man 2 Millionen Pikachus gefangen hat und sich vor Bonbons nicht mehr retten kann und allem Möglichen. Aber das Normale in die... Ich weiß es nicht. Ich glaube, da finde ich sogar... Meine Reihenfolge wäre Miltank Platz Nummer 1 Libiskus Platz Nummer 2 Äh... Rettern Platz Nummer 3 Pikachu Platz Nummer 4 rein von den Pokémon her. Obwohl ihr natürlich bei Pikachu die doppelten Fang-Bonbons nutzen könntet und vielleicht eine Meltan-Box aufzumachen, wenn ihr Pikachu nicht braucht und das das Normale ist, dann nehmt lieber eure Meltan-Box und farmt fleißig nochmal Meltan-Bon-Bon-Bon. Selbst wenn ihr Mel-Metall habt, alles hin und her, farmt Bon-Bon-Bon damit ihr eben euer Mel-Metall vielleicht mal auf Level 50 pushen könnt, völlig kostenlos und genial. Also es kostet Staub, aber trotzdem. Das sind auf jeden Fall die Rampenlichtstunden. Das sind die Raid-Bosse, wie gesagt, Raikou, Mewtwo. Meine Favoriten, Miltank. Mein Favorit, Relaxo, verstehe ich nicht. Weitere Events steht auch nochmal hier da. Am 2.2. startet ein Event zu Team Go Rocket. Sehen wir im nächsten Artikel noch. Ab dem 9. Februar findet ein Event zum chinesischen Neujahr statt. Ich markiere mir das immer alles in meinem Handy-Kalender, dass ich auch nichts vergesse. Und das sehe ich am 9. oder so. Da sind schon vier Sachen auf einmal. Wenn ihr so denkt, aha, da kommt ein neuer Raid-Boss, aber auch ein neuer Mega-Raid, ein neues Event und dann auch noch eine Rampenlichtstunde auch noch dazu und dann steht auch noch unten drunter, jemand hat Geburtstag, also das ist auf jeden Fall, da blickst du gar nicht mehr durch. Team Go Rocket Event, gucken wir uns gleich an, Event zum chinesischen Neujahr. Erwarte ich jetzt nicht so viel, erscheinen wahrscheinlich wieder vermehrt ein paar rote Pokémon, so irgendwie. Vielleicht ein neues Shiny. Vielleicht wird ein neues Shiny eingeführt, sehen wir dann. Zum Valentinstag wird ab dem 8. Februar der Love Cup in der Kampfliga verfügbar sein, gleichzeitig auch mit der Meister Liga. Am 14. Februar startet dann aber erst das Valentinstag Event, also ihr seht, es ist also dieses chinesische Neujahr und die Woche danach das Valentinstag Event, wo man denkt, da sind rote Pokémon und da sind dann rosane Pokémon, vielleicht auch wieder ein neues Shiny. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Was jetzt richtig genial für euch ist, jeden Montag im Februar wird eine Box für eine Münze im Shop erhältlich sein. Manche erhalten Fanrate-Pässe. Also hat man schon gesehen, bei dem einen ist auch ein Rocketradar, glaube ich, drin, bei der nächsten sind Brutmaschinen oder mal Bälle, aber mindestens zweimal gibt es, glaube ich, Fanrate-Pässe oder einen Fanrate-Pass. Was ich besonders schön finde, ist eine super Sache, Yendik gönnt eben richtig. Bald wird man die Möglichkeit haben, auch legendäre und mysteriöse Pokémon über das Massentransfer- Feature zu verschicken. Das ist auch eine sehr coole Neuerung. Schade, dass die jetzt immer noch nicht da war. Das machen wir aber mal zu und gucken jetzt mal auf das Go-Rocket-Event. Weil wir jetzt die ganze Zeit aber von pokefans.net gelesen haben, ihr seht, das ist ein kleiner Artikel, können wir ja mal hier auf das von Go-Games gucken. So, Start 2. Februar, 10 Uhr Ortszeit, bis 7. Februar, 20 Uhr Ortszeit. Die Attacke Frustration können eure Krypto-Pokémon während diesem Event vermutlich nicht verlernen. Zumindest wurde hierzu nichts Explizites erwähnt. Eigentlich muss es doch aber so sein. Was wäre ein Rocket-Event, ohne dass man die Attacke verlernen kann? Oder sie schreiben es nicht dazu, weil sie davon ausgehen, es weiß eh schon jeder, dass man das verlernt. Wie oft sollen wir es denn noch hinschreiben? Aber vielleicht gehört das auch nicht dazu. Was fliegen hier denn für Artikelreihen vom 20. Juni 2018 und lenken einen komplett ab? So, Event-Details, was gibt es denn Schönes? Quiekel, sehr schön für XL-Bomb-Boms, Nasgnäge, Stolunior, C-Mobs, wer noch ein heftiges Level 50 Raikwasa möchte, Liljep, Anorid und weitere Pokémon werden nun den Team-Go-Rocket rübeln, werden von den Team-Go-Rocket rübeln genutzt? Okay, ja, dann vergesst, ich dachte, es ist ja wild, dann vergesst mal das, legt den Hauptaugenmerk drauf, ihr könnt vielleicht ein heftiges Mammute-Krypto-Mammute euch basteln und nutzen, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Rübel haben im Event und nach dem Event andere Teams. Okay, sollen sie halt machen. Besiegt Team-Go-Rocket Vorstände für eine Chance auf einen Aufkleber, Aufnahme leider, ich sag's einfach, die mit ihren Aufklebern, ich hab noch nie einen Aufkleber benutzt, ich bin ehrlich. Exklusive Feldforschung und eine zeitlich begrenzte Forschung, die zeitlich begrenzte Forschung hat bereits begonnen, am Ende winkt ein Ho-Oh mit Erdbeben. Wer das gesehen hat, ja, ihr könnt ja jetzt schon diese Aufgaben lösen, unten, neben eurer Sammler-Herausforderung habt ihr ja auch das unten, diese begrenzte Forschung, wo das Ho-Oh mit Erdbeben rauskommt, wo die Leute wieder sagen, hä, das ist doch ein Flug-Pokémon, wieso kann das denn Erdbeben? Die meisten Attacken, die die dann noch bekommen oder später hinzugefügt werden, sind eigentlich nur PvP relevant oder für die Go-Battle-League eben. Mehr Pokestops werden von Team Go Rocket überfallen und Ballons erscheinen häufiger. Das ist eine schöne Sache, da freuen sich immer die meisten, weil wenn ihr so seht, ah, ein Rocketstop in der Nähe und dann seht ihr, oh, so 20 Rocketstops in der Nähe, da bleib ich lieber drin, ist mir zu gewalttätig. Golbert, Smogon, also hier, häufiger wild, genau, Golbert, wild, Smogon, Ariados, Waldorfisch, Sneebel, gönnt euch Sneebelbonbons, vielleicht noch ein Sneebunner als Eisangreifer, Unlichtangreifer, wie auch immer, Hunduster, Sammel, Hund, Mega Hundemon, Zag Level 50 gepusht, alles, Blanas, Kungapu, Pionscora, sehr schönes Shiny, Toxipay, der Schein häufiger wild, okay, alle Eier, die werden im Event in eine Brutmaschine gesteckt werden, benötigen nur die halbe Distanz zum Ausbrüten, so könnt ihr bei 12 Kilometer Eiern zum Beispiel auf 6, beziehungsweise 4 Kilometer reduzieren mit der richtigen Brutmaschine, außerdem wird es neue 12 Kilometer Eier geben, hier sieht man, dass Unratytox aus den Eiern rausgeht, ja, ist dann also nicht mehr drin, schade, der Müllhaufen ist weg, aber dafür kommen Baldorfisch, Pionscora und Krebskorps dazu, Baldorfisch braucht man nicht, ne, obwohl das Shiny ja schön aussieht, Krebskorps, oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer, ja, gönnt euch Krabbi mit Krabhammer und so, Pionscora, hey, wenigstens als Shiny und so, also ich, was mir, was, worüber ich mich freuen würde, wäre immer noch einfach Garnovel, ich habe immer noch kein einziges Garnovel ausgebrütet, ich habe schon Rabigador, Lucky Decks vollständig einmal alles durchentwickelt mit Sonderbonbons und sonst was, aber ich habe selber noch kein Garnovel gebrütet, da möchte ich gern auch noch wenigstens eins, ich muss mal wieder sammeln, ich muss mal wieder brüten, da gibt es bestimmt mal wieder eine Folge 12, 12 Kilometer Eier und dann vielleicht endlich Garnovel dabei, Raidbosse, zeigt es euch hier nochmal an, Stufe 1, Alola Mautzi, Alola Slimer, Scorglas, Nibel, Scheinux, Klix, äh, Klick, Stufe 3, Nidoqueen, Ariadus, Nachtara, Despo, Alter, Despo da, Absor, wie habe ich es mit dem Benni letztens noch gehabt, die packen doch jetzt kein Despo da mehr in die Raids, das wäre doch Quatsch, was wollen die denn, das ist einfach ein 4 Sterne Raid, jetzt gibt es keine 4, wenn es jetzt ein 3er wäre, das würde ja das Pokémon so schmälern, das arme, kleine, Süße, wenn, dann packen sie es höchstens mal in die Mega Raids und ihr könnt dann da eure Despo da rausziehen, hä? Jetzt packen sie es in den 3er Raid, Despoda Gut, nö, weiß ich nicht Ich brauche eigentlich Keine mehr, aber für XL Bonbons Oder für IV brauche ich auch nicht, ach ich weiß es nicht Mach doch lieber Mega Despoda Raids dann Dass man wenigstens auch gleich die Energie sammeln kann Und Despoda fangen kann und mehr Erfahrungspunkte Kriegt, also ich glaube ich werde Keine Despoda Raids Großartig machen, aber vielleicht Können wir ja Despoda Raids hosten Wenn ihr da Bock drauf habt Fünfer wie gesagt habt ihr Raikou Suikun und Mega Pokémon Bisaflor einfach aus Hundemon Bisaflor kommt also zurück, wir haben diese Woche Ja auch abstimmen lassen, wen ihr möchtet Am Freitag als Mega Pokémon Bei Raids für Zuschauer Ihr habt euch dann aber für Toggetik entschieden Obwohl das nicht mal ein Mega Pokémon ist Hat aber die meisten Stimmen bekommen, weil das eben jetzt Diese Woche als Event Raid Boss da ist Und vielleicht, so wie Toggetik diese Woche Gewählt wird, vielleicht wird auch Despoda dann gewählt Wenn es soweit ist Ihr könnt ja dann wieder Bisa Floor Ampharos, Hundemon und Despoda zur Auswahl geben Und wenn ihr Despoda nehmt, nehmt ihr Despoda Dann ist das halt so Fazit Äh Braucht man nicht Gut, so Weiß ich nicht Despoda auf jeden Fall also ultra krass Zwölf Kilometer Eier Immer noch auf der Suche nach Nach dem Frosch Nach dem Krokodil Ansonsten weiß ich nicht Finde ich das Team Go Rocket Event Jetzt gar nicht so Krass Außer man will halt seine Medaille pushen ein bisschen Oder ist auf der Suche nach guten Krypto Pokémon Ja Die neuen nimmt man natürlich mit Guckt man was da draus wird Ansonsten können wir das auch zumachen Hier steht es alles mal noch so Schön Auf einer Seite verteilt Was ist euer Favorit? Freut ihr euch auf das Team Go Rocket Event? Was sagt ihr zu den Feldforschungsdurchbrüchen Zu den Raidborsen? Alles mögliche Schreibt es mal rein Auf was freut ihr euch besonders? Und werdet ihr Despoda Raids machen? Und sollen wir Despoda Raids hosten? Zur Not Mache ich das halt auch wieder alleine? Wenn keiner Bock hat Ist ja nur ein Dreier Würde ja passen Da zwei, drei Leute rein Schafft ihr Fertig Das war es jetzt aber von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out Vorhaut Warte Euer Ramses